Jonas Herrera So Freunde, ich habe eine kleine aber feine Frage an euch. Und zwar dachte ich mir spontan so, fragst du mal deine Zuschauer, deine Abonnenten, worauf sie so in der nächsten Zeit auf meinem Kanal so an Content Bock haben. Schaut dazu gerne in die Videobeschreibung, da habe ich eine kleine Umfrage verlinkt und dann könnt ihr da auch gerne abstimmen. Also das war es auch schon mit dem Video, ich wünsche euch soweit noch einen schönen Resttag, morgen Abend, wann auch immer ihr dieses Video sehen werdet. Und Arrivederci, haut rein, lasst kraken.